Hallo, dieses Video ist ein Übungsvideo für dich. Du kannst dich hier damit auseinandersetzen, wie auch ein etwas komplizierteres lineares Gleichungssystem wie dieses hier mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens zu lösen ist. Ich erkläre dir als erstes die Aufgabe genauer und sage dir, auf was du achten musst. Dann sollst du das Video pausieren und die Aufgabe selbst lösen. Anschließend lässt du das Video weiterlaufen und kannst dann deine Lösung mit meiner vergleichen. Bei dieser Aufgabe ist es so, dass du das lineare Gleichungssystem rechnerisch lösen sollst. Hierzu sollst du das Gleichsetzungsverfahren anwenden. Dazu musst du die Gleichungen zuerst zusammenfassen, also beispielsweise bei Gleichung 1 die x zusammenzählen und anschließend die Gleichungen in die Form y ist gleich m mal x plus c bringen. Du musst also beide Gleichungen nach y auflösen, denn nur so kannst du das Gleichsetzungsverfahren auf das lineare Gleichungssystem anwenden. Alles klar soweit? Na dann kannst du jetzt loslegen. Schnapp dir ein Stift und Papier und fang an. Das Video pausierst du jetzt bitte und lässt es weiterlaufen, wenn du fertig bist. Gleich sehen und hören wir uns wieder. Willkommen zurück. Na, warst du erfolgreich? Da können wir jetzt ja unsere Lösungen miteinander vergleichen. Zuerst habe ich Gleichung 1 zusammengefasst. 7x minus 4x, das ergibt 3x. Den Rest habe ich einfach so hingeschrieben. Dann habe ich 3x und plus 5 auf die andere Seite gebracht, indem ich auf beiden Seiten minus 3x und minus 5 gemacht habe. y ist deshalb gleich minus 3x. Und dann habe ich noch die 40, von der ich minus 5 abziehe. Also noch plus 35. Bei Gleichung 2 bin ich genauso vorgegangen. Habe hier also zuerst 3,5y minus 2,5y gerechnet. Das gibt ein y, also nur y. Und dann noch plus 4, minus 4, was ja 0 ergibt, weshalb ich dies gar nicht mehr hinschreiben muss, sondern ich schreibe einfach mein y etwas weiter nach rechts. Auf der rechten Seite habe ich dann noch das minus x und die 5 den Platz tauschen lassen, sodass ich der allgemeinen Form y ist gleich mx plus c entspreche. Die beiden Terme rechts des Gleichheitszeichens kannst du jetzt nehmen und sie gleichsetzen. Denn dadurch erhältst du eine Gleichung mit nur noch einer unbekannten, nämlich x, welche du nach x auflösen kannst. Dazu addiere ich x, damit das minus x rechts verschwindet und nach links wandert. Und ich ziehe noch 35 ab, sodass die plus 35 auf die rechte Seite wandern. Minus 3x plus x gibt minus 2x. Und plus 5 minus 35 gibt minus 30. Jetzt teile ich die Gleichung noch durch die minus 2 vor dem x und erhalte so für x die Lösung plus 15. Denn minus durch minus gibt ja plus und 30 durch 2 gibt 15. Da aber die Lösung eines linearen Gleichungssystems immer ein Wertepaar ist, reicht der x-Wert allein noch nicht aus. Ich muss noch den zugehörigen y-Wert bestimmen. Hierzu nehme ich den berechtigten x-Wert 15 und setze diesen in eine der beiden Gleichungen ein. In welche ist ganz egal. Ich entscheide mich deshalb für y ist gleich minus x plus 5, weil ich da nicht so viel rechnen muss. Also, die Gleichung y ist gleich minus x plus 5 schreibe ich mir zuerst einmal auf. Dann ersetze ich das x durch die 15. Das Ganze rechne ich aus. Minus 15 plus 5 gibt minus 10. Und so weiß ich, dass y gleich minus 10 beträgt. Jetzt notiere ich das Lösungspaar noch in der sogenannten Lösungsmenge. Zuerst die 15 und dann die minus 10. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Lösen von linearen Gleichungssystemen mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens. Und vergiss nicht, du kannst Mathe. Bis bald! Bis bald!